Ich habe vor ein paar Tagen angefangen, das beste Smash-Game aller Zeiten zu spielen. Super Smash Bros. Brawl. Das Game, was einen wirklich zeigt, wie gut eine Story sein kann, wenn man Charaktere aus allen Universen zusammenkommen lässt. Und wie Link in Brawl präsentiert wurde, ist eine der besten Präsentationen, die ich gesehen habe. Ey, auf zum Wald. Die Legende himself, Alter. Was war generell euer Lieblingsmoment in der Smash Bros. Reihe? Was euch das gefallen hat, abonniert diesen Kanal hier für mehr.